Hallo, ich möchte jetzt ein bisschen haben spielen. Was ist denn mit euch los? Ist irgendwas passiert? Ihr sitzt alle so da. Ihr habt Hunger. Ja, okay, dann mache ich euch was zu essen. Wie schaut es mit Spinatlasagne aus? Oh, da finde ich mir eine leckere Kisch. Sushi, der ja nicht gerade so besonders. Das sind übrigens meine Hauswichtel und die Elche, die wohnen hier. Und falls ihr gerade nichts gehört habt, denkt euch nichts weiter. Als Elfe verstehe ich natürlich Wichtelisch und auch Elchisch. Ja, was machen wir denn da? Was wollt ihr denn essen? Kuchen, Kuchen, Kuchen. Ihr seid einfach vernascht. Na gut, dann lasst uns einen Kuchen machen. Wie wäre es mit Maritas Schokokuchen mit Gewürzen? Ja? Gut, na dann kommt mal mit. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Kuchen! Kuchen, Kuchen, Kuchen. Kuchen, Kuchen! Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020